Hallo Mitspieler, mein Name ist TheLowRiot und ich begrüße euch zur 79. Episode dieses Cities Skylines After Dark Let's Plays. Ja, scheinen hier echt ein paar besoffene Architekten zu haben. Weil wir bauten so eine Straßen, so eine Autobahn vielmehr. So kommt dabei heraus, wenn man aus dem Helikopter, also praktisch hier vom Satelliten aus, ausarbeitet. Aber egal, wir waren ja dabei Schiene zu verlegen. Schiene, Schiene, Schiene. Denn wir haben ja gerade, oder ich habe ja gerade, hier diese Bahnhöfe von hier ungefähr nach da verlegt. Um ganz einfach den Verkehr ein bisschen aufzuteilen. Dann haben wir hier, kommen eine ganze Menge Anlieferer und Abholer. Und die sollten mal exklusiv eine eigene Kreuzung für sich haben und nicht hier vermischt werden mit den Mülljungs oder den Leuten, die von außerhalb kommen. Gut, da war Schiene im Weg, die mussten wir knacken. Die wollen wir jetzt mal verlegen. Und zwar hier ist ein Ende. Und hier unten ist ein Ende, ne? Daggern wir erstmal. Dann gehen wir mal. Hm, 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 hm. Jo, äh, Schiene mal bitte. Drehen wir einfach unter die Erde? Hm, hm. Ah, da gibt es einen Mekker mit dem Autobahn drunter, ei, ei, ei. Moment. Gehen wir einfach mal tiefer runter. Aber tiefer ist nicht. Ah, aber guck mal warum. So ist die gut. Dann wollen wir noch ein bisschen biegen. Und irgendwie so. Und wieder ans Tageslicht. Wie hat man das gerne? Und wieder runter. Zack, zack. Dann haben wir diese Linie gekettet. Gut. Ein Grund mehr, die Zeit wieder laufen zu lassen. Was macht unser Müllproblem? Das ist immer noch da, aber wird auch noch Zeit brauchen, bis es vollends weg ist. Äh, hab ja Änderungen gemacht, ne, Kraftwerk, Straßenführung und sowas, alles. Aber das muss ja auch erstmal alles ankommen. Das heißt, die müssen ja von hier erstmal, was weiß ich, bis da hinten hin tuckern. Und da sind die auch ein paar Minuten anscheinend unterwegs. Man sieht ja hier, wie die fleißigen Bienchen, das sind ja alles Müllwerker, die hier ausschwärmen. Ah, das wird schon, das wird schon. Weil generell haben wir so viel Kapazitäten, Müllmäßig. Und wir können alle sofort verbrennen. Wir brauchen ja keine Deponien, schon seit Ewigkeiten nicht. Und hier wird ordentlich angeliefert, so wie das aussieht. Und irgendwann werden hier auch ein paar Züge einschlagen. Ah, dauert noch. Da muss ich erstmal rumsprechen. Oh, 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 oh. Was sägt denn da? Guck mal hier. Ist ja ja nicht mal so gut. Ach, mit. Die Weiche auch weggenommen. Da muss ich jetzt irgendwie ansetzen. Ja, sehr schön. Äh, warum macht er den jetzt gerade? Kannst du nochmal die? So ist recht. Guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal. Na, unter der Erde gehe ich mal einfach davon aus, dass das alles funktioniert. Das war praktisch. Bau aus einem Guss. Guck mal, da fährt er schon einen Zug. Wo kommt denn der her? Wo kommt denn der her? War er bei den Bahnhöfen? Da, ja. Da halten sie schon. Wunderbar. Und wir sind am Netz. Gut. Wie sieht es denn hier mit den Zuwächsen aus bevölkerungsmäßig? Geht es immer schön weiter hoch. Und wir haben auch noch genug Bauraum. Wir sind auf 58 und wenn ich mich das hier halt angucke. Das könnte reichen, um bis auf 65 zu kommen. Hm. All das Leute, die aussichtszogen sind, weil die Möttern zu voll sind, nehm ich an. Hm. Hm. Die Jagd nach der Ruine. Genau, hier war ich eben schon mal. Ja, wird aber weniger. Müllmäßig. Alle Dudes. So, Strom generell war fast 100 Megawatt oder sind wir ja über 100 Megawatt vorne. Wasser 559, 27, 558, 800. Alle super. Müll wird produziert 282. Verbrannt werden 720. Alle Check. Oberschule oder Grundschule, Oberschule hat nur alles gerade nachgebessert. Ja, nicht lange her. Wie. Und ihr hier kommt, ab dieser Straße kommt man nicht mal an die Uni ran. Das ist ja merkwürdig. Das Scherz auf Isra Ring ist nicht versorgt. Was soll der Scheiß? Und hier in der City gibt es auch rote Häuser. Hm. Die Schulen haben Kapazitäten. Daran soll es nicht liegen. Ha. Naja. Meneburger sollen ja auch nicht so viel lernen. Aber das wird direkt ab. Ja. Und anscheinend scheint es hier so eine unsichtbare Linie im Sand zu geben. Und halt, was über dieser Linie ist, darf nicht mehr eine Schule. So kommt es einem irgendwie vor. Das sind ja alles nur die Außenbezirke. Hm. Halbter Parameter. Ah, was ist denn hier los mit dem Gesundheitswesen, Leute? Kiek mal. Hier ist ein Krankenhaus. Richtig schönes. Hat 18 Patienten. Von 500 Betten von 500 Betten in der letzten Woche wurde keiner behandelt und kein Krankenwagen ist unterwegs. Und hier sind rote Häuser. Rot heißt, dass sie... Ja, irgendwie nicht ans Krankenhaus kommen. Fertig merkwürdig finde. Weil es sind Straßen nah. Die Straßen sehen nicht so aus, als wenn sie überfüllt werden. Ganz wenn ja nicht. Überall fließt es. Das ist ein Krankenwagen. Das scheint ein Krankenwagen zu sein. Ja, ein Krankenwagen. Ein Sitzerkrankenhaus. Das befördert Patienten zur Behandlung. Da ist auch ein Krankenwagen. Direkt an den roten Häusern. Was soll denn der Scheiß? Warum sind die dann rot? Hier ist ein Krankenwagen. Also die können sich doch hier nicht über den Support beschweren. Was ist denn da los? Ich erkenne den Grund leider nicht, Leute. Ich habe es ein Problem mit der Kriminalität. Warum sind wir Polizeiwachen? Hm. Verkehr, Müll, Lärm wird sich nicht verändert haben. Feuersicherheit. Moment, Moment. Wenn da eine Feuerwehr ist, ist ja auch eine Polizei. Und die wollten mal erzählen, dass die Polizei von hier nicht nach hier kommt. Aber Tatsache. Wenn man sich hier mal die Farben auf der Straße anguckt. So grün für Jud versorgt. Oh, na das ist ja aber ätzend. Was ist denn hier los? Gibt es da irgendwelche Probleme mit den Pfands oder so? Ach ja, hatten wir ja runtergedreht, weil wir hier Spielchen machen wollten. Wollten die Kriminalität hochtreiben, um hier irgendein Haus zu kriegen. Was war denn das nochmal? Ähm, das ist ja mal die Gesundheitsrate. Ähm, Einkaufszentrum. Ähm. Bürogebiete. Kriminalitätsrate über 50 Prozent. Hm. Ach, wie man auf so schlechten Ideen kommt, sich die Stadt zu versauen mit so einem Versuchen? Hm. Das hätte man eigentlich gleich machen sollen. Ja, als man natürlich 50 oder 100 Einwohner hatte. Naja, mal gucken, wo dieses Experiment hinführt. Wenn es völlig aus dem Ruder läuft, können wir ja immer noch wieder das Budget anheben. Ja, die Busabdeckung, beziehungsweise generell öffentliche Verkehrsmittel. Die ganzen neuen Ringe sind ja mehr oder weniger noch jungfröhlich. Aber hier wohnt ja auch noch keiner. Wir wollen ja auch noch keinen Bus anbauen. Wobei, wohnen wird hier auch keiner. Das ist ja alles Industriegebiet hier. Hat man eigentlich das schon korrekt ausgemalt? Nee, gucke mal. Hm. Hm. Jut, und geplant ist ja, dass hier jetzt dann die Autobahnen bzw. Schienen hinkommen, also beides. Stadtvorte, ja hier, dann das Industriegebiet, also Agrargebiet, was hier so hervorgehoben wird. Das ist hier an und für sich vorbei, meine klar, man könnte hier noch ein paar Höfe bauen, aber hiermit würden wir das Kerngebiet abfangen und damit sind wir glücklich. Aber so wie es aussieht, wird das ja nicht so gebraucht, aber wir können mal ein kleines bisschen mehr Industrie vergeben. Ein bisschen Nachfrage ist ja da, genauso wie man wieder gerne hier Werbe in der Stadt hätte, mehr. Ah, da kommen wir mal durch den ganzen hier. Wir haben es ja. Ja, mehr Gewerbe. Tududududu. Um mir Werbe zu machen, müsste ich ja irgendwas anderes rausschmeißen. Was will ich dann rausschmeißen hier? Und ich finde, das ist schon echt viel Gewerbe. Wenn ich mehr Gewerbe machen, muss ich entweder Wohngebiet oder Bürogebiet platt machen, würde ich bitte keinen Bock drauf haben. Warum wird denn hier noch mit geringer Baudichte gewohnt? Herr Stadtrat? Irgendwann muss ich da ja pass auf der Neue kommen. Dann machen wir das hier, wir opfern ein Wohnsegment und wir öffnen ein Gewerbesegment. Und das natürlich wieder rundherum. Nun, hier sind das drei, hier wird man hier... Achso, wir müssen hier... Das, das, dann wird das hier... Schon das? 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 Da müsste er hier sein? Hm. So, ab der Maver ist noch zurückgegangen. Genauso wie die Anfrage nach Industrie. Sehr schön. Generell, Arbeitslosigkeit 4%. Könnte besser sein, könnte aber auch wesentlich schlimmer sein. Hm. Da haben wir im Augeweiten 8%. Das hatten wir ganz am Anfang 6%, 5%? Und selbst mit halbem Budget 8%? Hm. Die Idee an sich ist ja nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Also hier auf 50% zu kommen, wenn ich sehe, dass ich jetzt schon eine ganze Episode warte und nur 2% zurückgelegt habe. Würden wir jetzt auf 25% auf 30% sein oder irgendwie, dann würde ich ja glauben, das wird vorwärts hier richtig. Aber 8%? Hm. Hat da eben eine Ruine geblinkt? Ah, da. Da steckt sich die Kleine. Aber was fällt euch auf? Wir haben die Müllgeschichte wieder im Griff. Wir haben eigentlich so gut wie alles im Griff. Also ich sehe hier kaum Icons. Na gut, ab und zu mal. Da eben war was. Ein paar Ghost-Icons, die sich nicht entscheiden konnten. Ansonsten haben wir hier einen Blick über eine wunderschöne Stadt, wo es einfach nur ab und zu mal brennt. Feuerwehr holt den Schlauch wieder ein. Alles gut. Ja, so haben wir es doch gerne. Hier haben wir ja im Grunde genommen auch alles soweit im Griff. Ich glaube die nächste U-Bahn, die nächste Bus-Geschichte bauen wir auch erst dann, wenn wir hier unseren Kreis ein bisschen vollständig haben. Ist hier noch ein Bus-Depot. Aber das macht ja jetzt keinen großen Sinn hier. Also das würde schon Sinn machen, aber ich würde es halt eben absehbarer Zeit auch wieder abreisen. Und dreieinhalbtausend Leute benutzen die U-Bahn. Finde gut. Ja, alle über 40, fast 45 Prozent. Sortieren? Ne. Äh, doch. Oder? Ja, kann man sortieren. Dolle Ding. Naja, gut. Wieder was rausgefunden. Was eigentlich nicht so wichtig ist. Ja. Aber freuen wir uns über diese schön funktionierende Stadt. Können wir machen. Und zwar in der nächsten Pause. Denn ich beende jetzt hier diese Episode. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder vorbeiklickt. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Daumen hoch. Würde mir auch sehr, sehr, sehr weiterhelfen. Ja, und wenn ihr Fragen habt zu diesem Projekt. Ja. Dann benutzt ihr den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch. Ciao. Ciao. aber d Vielen Dank.